Reh Wieder da Wieder genau die beiden Selben Der Rega und der Stroll Ok Ja ist doch gut So schlecht waren die doch nicht Und wieder gegen Morales Wunderbar ich liebe das Lasst uns ne Runde fliegen Kriegt ein paar nice Gefängnisse wieder Art Guess Boah so ein Typ der doppelte Bestätigung braucht Ich nehme bis zum letzten Atemzug Das ist doch gar nicht die Nova in dem Gegner Team Na eben Mein Hass kennt keine Grenzen Boah es könnte einen doppel Support geben Ergrenzen 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 Nee nicht nur Morales Ergrenzen Ergrenzen Die sind Team Squishy Ne Das ist die Frage soll ich bei Xul bleiben Oder soll ich einen zweiten Zweiten Supporter Ah ne wir müssen eigentlich gut sein Kommt Es ist Zeit Opa die Lol die sind sowas von tot alter Die überfahren wir sowas von Also Wenn der Illidan gut ist Wenn er gut ist Dann hält er sich raus Und macht die ganze Zeit Camps alleine Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen Vor allem Was das Bot Camp betrifft Mach du Top und Mitte Lass das gleich schreiben Ja Ja aber ihr müsst auf jeden Fall Das Hard Camp unten in der Mitte holen Sonst macht das Zill den an Jaja Aber erst nach der ersten Chess ne Das müssen wir denen auch schreiben Nicht dass sie direkt runter gehen dann Ganz ehrlich kann man aber auch so spielen Dann teilst du halt 5-5 auf Ja Du gehst da gar nicht hin hm Hör einmal noch nicht nach vor Ihr heuligen Landratten Kommt Lasst uns dieses Reich Niederläuten Das Gleichgewicht Auf Was habe ich für Zum Ticker Ja Ich gebe euch noch Zehn Sekunden. Kann mir ein Spezialisten sein. Vier, drei, zwei, eins. Zeig keine Gnade. Vernichtet dieses vor. Elidan ist hier im Bot. Alle sind top. Von denen. Macht aber nichts, ich sorge genug. Jetzt sind zwei Bot. Falls halt auch noch. Jetzt sind auch noch Lara hier. Ja und jetzt sind alle hier. Okay, das ist bad. Ja gut. Wir haben hier einen Platz. Wir versuchen den Weg. Wir werden einstellen. Ich schaufe den Weg. Hier ist nicht mehr so die Schließung. Also zeigt das eine Schwerung. Dann gibt es ein Schwerung. Wir werden nicht so die Schwerung. Ich hab ihn schon geschützt. Soll ich das nicht. Normalerweise müsste die gut klarkommen, 2 sind top. Die Reise beginnt. Wer denn? Wie wer denn? Wer ist top? Achso, Diablo und Morales. Ja, die machen unsere Coin-Camps, aber macht ja nichts. Diablo hat 7 Coins. So sei es. Äh, was? Weil die mich die ganze Zeit schon pingt, das ganze Spiel. Gefahren, gefahren. Ja, die Li Ming. Achso. Ich könnte sagen, vielleicht ist sie in Silent Zone gegangen. Ah, jetzt sind auch 2 hier oben, das ist scheiße. Ich glaube, sie haben genug. Ja, das ist schon alles so. Ja, ich glaube, beim Pokémon, das ist auch alles eine Réleitung, die Fluminium, was eben nicht immer ist. Ich glaube, das ist schon nicht der Hammer, aber ich glaube, das ist auch da. Haha, jetzt kommt Leben in diese Buhle. Macht frei, Pudorzine. Heil Seine. Ich komme auch runter zum Fan, ich habe 5. 1,5,1,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,5,5,6,5,5,5,5,5,6,5,5,5,7,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5. Damit ich bin oben auf der unter. Das war's für heute. Was? Alter, sagt der, der selber auf Illidan klopft? Und ich werd schon wieder gepinkt. Junge, Junge, Junge. Ich hab keine Ahnung was abgeht. Was ist denn? Ja, die playen die ganze Zeit und was weiß ich. Ich check das gar nicht, weil die ganze Zeit zwei, drei Leute hier oben sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Soakerei ist vorbei, ich muss mit euch mitlaufen, wa? Sonst wird da nix. Kommt jetzt sowieso. Zul! Vai! Team! Mach doch mal die top lane. So leicht holt man mich nicht ab. Oh, das war's für heute. Die Pänen zum Mal. Das war's für heute. Lassen wir diesen kleinen Triumph aus. Liga noch was oder was? Das war unterhaltsam. Ich paye eben, ich chase da nicht mit. Was? Ich sagte ich paye eben, ich chase da jetzt nicht mit. Diablo ist ja unten und 3 sind tot. So, ich hatte nämlich Geldmünzen. Ich fahre zurück. Ich wollte, wir schaffen das. Ich fahre zurück. Sehr gut. Ach ja, KI reger. Stimmt ja. Markus, mach das jetzt weg hier. Ah, nice. Ah, fokus schon den Gzul, der die Eins gedrückt hat, Illidan. Sehr gut. Kack, Noob ey. Junge, Junge. Ich erhalte das Gleichgewicht. Sie haben alle gezahlt. Holt da unten den Diablo überhaupt. Ich wusste, wir schaffen das. Oh, der ist abgar. Er hat rausgeflogen wie unser Reger. Unser Reger ist immer noch so groß. Ja. Loi. Guckt doch. Wir haben den Fight gerade gewonnen mit nem Bot. Oh, scheiße. Ich muss daffen. Ich brauche Verstärkung. Feuer einstellen. So will sie mehr, dann müssen sie erst bezahlen. Schön aufpassen, sie haben gerade eine Festung verloren. Ja. Ich habe keinen. Junge, wenn du die Fläche auf den Fläche gehen musst, habe ich meine Strahl. Ich habe keine Strahl. Ich habe doch auch keinen Strahl. Ich habe auch keinen Strahl, Mögen. So will ich nicht. Ich bin einstrahl. Ah, ich wollte den Rega gar nicht fingen. Wollte hier Coin Master verteidigen, Ping. Machen die den Boss? Gut gemacht. Nein. Oder? 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 könnt ihr jetzt hier sagen? Was war es ein guter Counter zuhle damit? ZUHL! Korr Schreif die Zitadelle des Gegners an Stets vorwärts Das war aber relativ solide mit den ein oder anderen Schwierigkeiten Mir fehlen 16 Punkte Mir fehlen ein paar mehr, mir fehlen 88 Wie viel hast du für eine Win gekriegt? Weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 230 oder 240 oder so Hochschule